Verschlossen! Nein! Mist! Knapp verloren! Jetzt ist das aber schade Mein Name ist Gyobu Masataka Oniwa! Onikage, Angriff! Junge, du bekommst den Zorn eines Mannes zu spüren, der an der Seite der Aschina kämpfte, als sie das Land übernahmen! ... ... ... ... Okay. Ich schlage so oft zu. Wie es nötig ist. Den Kopf dieses Geo-Buch bekommst du nicht! Das Bug-Tor bleibt verschlossen! Das war so klar. Mann, 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 Mann! Das war so geil! 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 Das war's für heute. ich schlage so oft zu wie es es Das war's. Juhu! Vergebt mir! Ich schafft! 300 Minuten, nicht mal oder noch so und so! Vergebt... ...meer! Schafft! Juhu! Ach! Mechanischer Lauf! Puh! Prothesenverbesserung! Jetzt können wir auch verbessern! Boah! Ewig später! Wollen wir erstmal hier... Rasten! Angriffsverbesserung! Eins! Guck doch! Aufstellen! Ah, hin und stellen! Newbie! Yo! Angriffskampf wurde erhöht! Angriff... Zwo! Können wir nicht... Zwei... Zwei haben wir... Können wir leider nicht... Schade... ...dann reisen wir mal... ...zu... ...zurück zum Tempel! Ah! Es war ein schwerer Kampf... ...aber wir haben ihn geschafft... ...und das Burgtor ist frei! Hallo, Emma! Ich bin froh, dass ihr gekommen seid... ...werter Wolf! Wir haben keine Kürbis... Es gab früher schon mal eine Drachenfäule-Epidemie in Ashina... ...damals wurde kein Heilmittel gefunden... ...jeder, der sich angesteckt hatte... ...musste sterben! Ich verstehe! Ich hoffe, dass die Entdeckung des Heilmittels sein Bedauern ein wenig lindern kann! Das hoffe ich auch! Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Junge Dame! Hallo, kleiner Mann! Wie ich sehe, hast du etwas Interessantes gefunden! Einen mechanischen Lauf! Das ist ein Mechanismus, der die Prothese in ihrem Kern verbessert! Gib ihn mir! Ich bringe ihn für dich an! Welchen Unterschied macht der Lauf? Mit einem so vielseitigen Sockel kann ich verschiedene Hilfsmaterialien einsetzen... ...um deinen Fangzahn noch weiter zu verbessern! Hilfsmaterialien? Hilfsmaterialien sind Stoffe, die zusammen mit dem Lauf verwendet werden können... ...etwa Schießpulver und Schrott! Also wenn du so etwas findest, bring es mir! Okay! Ich habe schon auf Wurde eingebaut! Wir schauen mal! Haben wir was? Okay! Nicht verfügbar! Nicht verfügbar! Aha, wir brauchen einen Bescheid! Schrott! Und dreimal Schrott! Okay, dann müssen wir mal gucken, wo wir Schrott finden! Wenn du deinem Fangzahn noch mehr Formen verleihen möchtest, musst du mehr Shinobi Module finden! Für dich gibt es jetzt kein Zurück mehr! Das Mindeste, was ich für dich tun kann, ist es, deinen Arm zu bestücken! Das ist aber lieb von ihm! Dankeschön! Das ist aber lieb von ihm! Dankeschön! Das ist aber lieb von ihm! Dankeschön! Angriff 2... Wir brauchen 3! Wir brauchen 3! Juh! Was ist das? So. Nice. Gehen wir zum Burgtor. Das Burgtor. Also, auf zum Burgtor. Aber wir haben ihn endlich geschafft. Den Superboss. So. Gehen wir da. Mal gucken, wo es da lang geht. Ich weiß es gar nicht. Schauen wir mal. Da geht es mehrere Wege hier. Oh, ein Händler. Wollt ihr eine Opfergabe kaufen? Noch eine. Wo die Verstorbenen sind, da findet ihr auch die Nachlassverwalter. Unser Paradies ist ein Schlachtfeld. Nur zu. Kauft eine Opfergabe. Oh, ein Tropfen Drachenblut. Und ein Kürbis. Wo die Verstorbenen sind, da findet ihr. Wo bist du denn? Noch eine Ratte. Ich bin kein Ratter. Aber diese Augen. ein hungriger Wolf, verrate mir deinen Namen, bevor ich dich töte. Verrate mir deinen Namen. Du hast keinen Namen. Ihr Shinobi seid doch alle gleich. Ihr sterbt alle ohne einen Namen und ohne jemanden, der um euch trauert. Aber dein linker Arm, eine Shinobi-Armprothese, das erinnert mich an. Ich sehe einen einarmigen Wolf. Gefällt mir. Das heißt Sekiro. So nenne ich dich. Wer seid ihr? Ich bin der Tengu von Ashina. Komm, Sekiro. Willst du ein paar Ratten mit mir jagen? Was? Ratten haben sich nach Ashina geschlichen. Wieseln hindurch, als würde hier alles ihnen gehören. Es gibt alle Arten von Ratten da draußen und sie müssen alle getötet werden. Es scheint, dass du ein Talent für das Töten hast. Lass mich dir helfen, dein Talent zu verbessern. Wie entscheidest du dich, Sekiro? Wirst du Ratten mit mir jagen? Ich nehme mal an. Nun gut. Großartig. Die wirst du brauchen, wenn du mit mir kommst, Sekiro. Rattenbeschreibung. Rattenantäter. Kleintragen. Bambushüte. Viele Rattenlungen herum. Was sind's? Ein Rattengesicht. Und wo es sich versteckt. Geh und töte sie. Ich gebe dir etwas Nützliches für zukünftige Kämpfe, wenn du das erledigst. Okay. Wo bist du denn hier? Ah, ihr habt überlebt? Dann ist dieser verdammte Giobo wohl endlich tot? Jo. Wisst ihr, das ändert gar nichts. Es wird weitere Kriege geben. Weitere Leichen. Tiefsitzender Hass wird um sich greifen. Wo soll der ganze Hass hin? Habt ihr euch das noch nie gefragt? Scheinbar nicht. Dann tut ihr mir leid. So wie auch er mir leid tat. Okay. Dankeschön. Ich gucke mal nach oben. Geh, gleich nicht, gell? Beutel? Den nehmen wir den wieder gerne. Okay. 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 Great. What the fuck? I know. Okay. Alright. Okay. 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 Come on. Okay. Okay. Well, I guess I can't look. Okay. Geh und trete sie. Ich gebe dir etwas... Geh und trete sie. 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 Geh und trete sie.